hallo und herzlich willkommen zurück zum let's play von pacifx scoge liga wir sind ja die ersten maps abgegangen jetzt habe ich natürlich noch etwas gesucht und ich habe eine gute klinge wo ich den namen jetzt gerade nicht weiß gefunden ein bayon item karten eine karte davon und 6 glaube ich und division card 1 von 5 scrap metal kompustchen expedition logbuch sehr selten scheinbar diese liga sehr gut und noch ein paar andere sachen tun jetzt einfach alles mal rein waterways und crimson juwel sehr gut dream feather ja genau ein sehr gutes schwert und eines der best schwerte eigentlich unik es gibt natürlich noch bessere rare schwerte da haben wir sieben da haben wir auch das nicht so gut genau molten strike juwel dann haben wir hier physical damage reduction okay können wir dann machen jetzt müssen wir natürlich noch genau den hier rein tun dann haben wir hier noch ein game beam feather okay dann haben wir auch noch nicht im lager die karten die karten die maps alle mal rein tun dann logbuch geht auch die gehen auch okay dann können wir schon loslegen ich habe ein bisschen gefahren das habt ihr gesehen und ja ich habe noch ein paar maps gefunden mit t1 in rare von einer strongbox machen wir doch den syndicate so ich habe jetzt längere zeit nicht mehr gespielt ich habe sogar noch ein part übrig ich muss da noch ein bisschen ich habe hier noch ein stream chat an sorry sollte eigentlich nicht an sein so jetzt genau ja und ich habe jetzt auch andere grafik ich habe irgendwie am bildschirm einen äh farbfilter so eingestellt in so kinomodus oder so das ist bei mir irgendwie das fast schon hdr also es leuchtet also ein bisschen und ich kann das nicht mehr ausstellen weil die bedienung von diesem monitor aus dem asus irgendwie einer ja mit nividia g-sync und so sachen verstehe ich jetzt gerade nicht so also man kann sehr viel einstellen ich muss eventuell doch mal einen anderen b-gim kaufen weil ja mir gefällt der b-gim nicht optisch ist er cool aber sonst irgendwie ja weder ein paar sachen oder einfach ein paar sachen nicht gut bedienbar ist leider eben die teuer gewesen mit 99 schweizer franken und das ja ich weiß nicht vielleicht brauche ich irgendjemand der sich auskennt mit der bedienung von einem b-gim äh ja ist ein bisschen problematisch ja irgendwann mal einen ranken erhoben sie wählten langsam stark also wir sollten jetzt nicht unbedingt es sind auch drei gewesen transportation der kamera ist nicht so gut in transportation ich glaube in die mittleren sind sie am besten dass er machen wir gehen mal ins gefängnis und hier machen wir einfach mal aufstehen ok ok die ist einfach aufgetaft ok eine ondürmerkeit ja äh man machen die schaden wie soll man das tanken ich hab noch nicht so tanky items ey unglaublich fühl mich beschmutzt genau und leben können wir auch noch stimmt ja nun hat sie hat gewonnen sie ist wieder abgehauen scheinbar und jetzt müssen wir glaube ich hier noch ähm genau raus ist stents vor allem stetten ähm irgendwie muss ich vielleicht auch noch stärke dazu bekommen weil so langsam werden ein paar grenze sowie stärke beanspruchen können müssen also sie brauchen einfach zu viel jo ok dann ist sie halt weg es ist unglaublich wie schlecht das passiert ist sorry aber es kann doch nicht sein dass so ein syndicate mich fast one-hicken kann ich habe ja heiltwenke schon geschluckt aber das heilen war langsamer als er die schaden machen konnte ja ist natürlich nicht so toll gut sind wir halt nochmal gestorben aber es ist keine schande wenn ihr sterbt in diese liga die ist wirklich sehr unbalanciert also ja dann macht leider grinding games das balancing hat irgendwie ein bisschen schlechter pro season pro liga und das liegt einfach daran sie fügen irgendwas ein was nicht balanciert ist zum beispiel die scourge sache die macht immer auch so viel schaden weil man bekommt einfach diese tanky items erst über wenn man wirklich auch die äh ja kreuzritter hat und bei mir ist jetzt noch eine out getaucht wir müssen jetzt mehr maps machen vielleicht kommt diesen part schon ein kreuzritter raus also das wirklich die map ein bisschen also der atlas ein bisschen farbig wird an einer stelle ist einer von den vier stehen jetzt nur noch so in dem sie haben den atlas abgeschlagt und ich wollte ihn eigentlich erweitert haben ich finde es einfach sehr cool und motivierend so ein bisschen herumzureisen jetzt kann man nicht mehr so gut herumreisen das finde ich ein bisschen doof also eben es macht immer noch mega viel spaß das spiel aber es wurde schlechter seitdem 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 3 13 glaube ich oder so 1 13 nein 3 13 ähm wurde die liege wurden ja die patch ist eigentlich immer schlecht also das spiel schlechter gemacht ok das ist interessant habe ich noch nie gefunden so ein crafting typ mit damage over time sehr nice jo die map ist halt auch recht schwer ähm da ja sie hat eben mehr schaden 60 prozent mehr physisch schaden in feuerschaden umgewandelt ist klar dass wir da einfach mal stärken na gut sie wird halt gestorben an einem syndicate der einfach zu overpowered ist so früh im spiel ja wir sind ja erstmal beim atlas angekommen und ja wir sind einfach irgendwie tankier werden aber ich weiß nicht wie doch gut ich weiß wie wir könnten noch ein bisschen craften müssen diese effekte rauchtun beim syndicate genau das können wir nachher noch machen aber sonst weiß ich echt nicht was ich noch machen soll wir sind halt nicht gerade so ein mega tanky build und eher ja auch nicht gerade schadenstechnisch aber eher so noch vielfach botums setzen aufgebaut und gegen ähm boss monster machen wir auch noch nicht mit schaden ja ist leider so aber das kann man nicht genau so richtig gut lenken gut ist der build noch weil er hat den build weiter gespielt der liga hat jetzt ein paar sachen paar items neu rein getan die ich niemals finden könnte während dem let's play wir müssen also dann auch relativ viel live streamen nur eben das schauen hat auch im let's play nicht gerade so viel zu ich weiß nicht ob ich die liga jetzt wirklich abbrechen soll oder nicht ich werde aber sie wahrscheinlich weiterführen einfach sehr langsam sie werden wahrscheinlich nicht weit kommen bis zum ende der liga außer eben ich hab dann mehr zeit zum hochladen irgendwann mal das wird eher so sein dass ich dann weniger zeit habe weil ich wieder so viel sport mache ich weiß es nicht sorry aber es kann wirklich sein dass es halt nicht gerade sein in einem guten stern liegt pass of exile überhaupt zu leisten und zum expand weil die beats gehen auch langsam aus wenn sie noch mehr schande über die ssf soloself an spiele machen dann muss ich eigentlich wirklich stehen ich will nicht handeln ich will nicht gezwungen werden mit anderen spielen zu handeln auch wegen den ähm ja den böserwichten da wie sie heißen das ist halt alles englisch das ist englisch schwer das ist eine verdammt schwere schwache also schweizerdeutsch tausendmal einfacher schweizerdeutschen haben ja ähm 2 nicht und ähm vergangenheit vergangenheit äh also plusquamperfekt vorvergangenheit nicht also ring ren ins tja jetzt hat es krieg noch gegeben zwischen 2 z ok versteht das nicht aber er ist jetzt allein gewesen weil der andere ist herausgekommen und hat uns getötet heăm ice nein es ist klar han van man muss halt wirklich dran bleiben Crash T affect site zu spielen es ist ein gigantischer zeitfresser diesen stress all vier monaten eine neue liga zu haben und so, es ist einfach gewaltig oder? man muss eigentlich die ganze zeit spielen, spielen, spielen und nichts alles spielen, 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 schon wieder Humority? ok, haben wir sicher schon voll zwanzig, nein, ja, schon im stack haben wir folgen, könnten wir was zu einem Tabula Raser machen, aber nein, machen wir nicht, ja die Rüstung ist ja sowieso also, wenn man einmal die Rüstung hat, dann will man sie nie mehr haben, nie mehr, außer Corrupten vielleicht noch, aber da kommt immer so ein Scheiss raus, wie zum Beispiel, dass man nur noch einen Sockel hat, oder dass es ganz Corrupted ist und nichts geschieht, oder dass sie gar kaputt geht, ja, ich mag es einfach nicht, solche Sachen, wie zum Beispiel, ja Wahrscheinlichkeit, dass etwas kaputt geht, oder so, ich mag das einfach nicht, ok, dann schauen wir mal noch kurz die kraftigen Sachen an, hier haben wir hier LM Tasha, das ist am wichtigsten, auf Köcher, oder auch Ding, ähm, Glitter oder so, das gab es ja nicht, und die sind auch voll, dann müssen wir hier Mining, Throwing Speed, Rufgeschwindigkeit für Minen, so, einfach alles verkaufen, dort machen wir sowieso nicht, oder haben die Schwulen, haben die Schwulen nicht, und jetzt müssen wir schauen, Dungeon, Handmenschen, Dungeon, Port, Map, könnten die eigentlich schon machen, aber, nein, wir machen jetzt mal eine T2 Map noch, wenn wir eine haben, Gartens zuerst und dann auch die Map, ähm, Port, wir machen schön der Reihenfolge von leicht bis schwer, also Reflect, Physic Damage, das ist ja nicht schlimm, Endurance Charge, Exerfire, ja, Exerfire ist schon schwer, aber gar nicht machen die, und wir machen jetzt, ähm, ja, machen wir die, wir können aber auch Essence noch machen, machen wir Essence, so, gut, also, ja, man sieht jetzt am Bildschirm, äh, im Vergleich zu eurem Video, das ist schon viel stechend, das Rot so gewesen, beim Ladebildschirm, also, ja, ich kann das leider nicht mehr original herstellen, wäre auch halt wahrscheinlich schon ein Bildschirm, äh, Bedienung, irgendwas zu verändern, und so, ey, es geht meistens nicht, genau so einstellen, also, es ist so ein, äh, Button, also ein Joystick, und wenn man den drückt, es nimmt nicht immer an, es, äh, wieder zurück, also, die Bedienung von diesem Bildschirm ist mega hässlich, also, mega schlecht, keine Ahnung, aber ich brauche unbedingt noch einen Bildschirm, der sowieso grösser ist, die Sachen auch besser lesen kann, ich also, ja, die bisher, ähm, bindliche, sehe, also, ich sehe einfach zu gut scheinbar, zu wenig gut, kleine Sachen, so, ich weise nicht genau, was man einladen muss, ich muss jetzt aber so zum Augenarzt bald, im Januar, ja, früher Termine gezahlt wegen Corona nicht, naja, schlimm genügend, so eine Krankheit, hey, so die Leute nicht sich einfach schützen können, mal impfen können, oder einfach mal die Kontakte, äh, vermeiden, oder so, ja, sind in die Ferien gehen, und dann mit allen anstecken, zu Party gehen nach den Ferien, und danach habt ihr, haben alle Corona, ist unglaublich, ich bin einfach im Moment einfach bisschen zu eingeschränkt beim, ja, Sport machen, und beim Shoppen, weil alle natürlich irgendwie auch das Corona verbreiten können, können einfach nichts machen dagegen, ja, ich bin einfach in letzter Zeit einfach, ja, nicht fit genug, ich muss wieder mehr Sport machen können, aber, ja, in der Schweiz hat es den Höchstwert an Ansteckungen, seit dem großen, äh, Oktober 2020, was die meisten vorher gegeben hat, ja, also mehr Ansteckungen als damals, als es am Höchstwert war, also es ist jetzt momentan am Höchstwert, im Höchstwert, aber das ist schlimm, der Beast Holding Essence, Ok, haben wir geschafft, sehr schön, also wir haben hier ja noch nicht viel, ja, wir müssen, Ok, es gibt eine Trophäne, und ein Scorch-Pad, was ist das? So ein Maul mit drei oder vier Füßen, und noch Flügel, hässlich, also das brauche ich nicht, so viele Challenges löse ich auch nicht, aber es ist schon wahnsinnig viel, die Let's Player einfach, ja, auch die Zeit nicht haben, oder, weil die Videos auch zuerst hochgeladen werden müssen, und so weiter, hm, ich muss mich vielleicht noch mal konzentrieren und wirklich sehr viele Parts bringen und fortfahren, aber da ja, Last Epo und Minecraft auch sehr viel Zeit verbrauchen, ja, das ist natürlich schon sehr schwierig, vielleicht nächste Liga, wenn sie wirklich gut wird, mache ich mal wirklich nur Pass of Excel und Regnum als Projekt, und vielleicht noch ein bisschen Minecraft, naja, das ist mehr Minecraft noch, aber, dass es einfach reicht, sonst, ja, bin ich dann wirklich 100% bei Last Epo, weil das Spiel wenigstens auch wirklich gute Updates bringt, bin ich so motiviert, wenn eine Liga fast gleich ist wie die vorherige, nur irgendwie eine Challenge mehr, oder so, also das ist jetzt diese Liga wirklich so gewesen, aber es ist neu dazu gekommen, auf der Atlas ein bisschen, aber sonst ist wirklich nichts dazu gekommen, also, ja, okay, die Maps droppen aber jetzt gut, so, ich weiss noch nicht in welche Richtung dann der Boss ist, wahrscheinlich nach rechts, okay, das Problem ist, die vielen Challenges, die sind sehr wahrscheinlichkeitsbasierend, und dann kann es sein, dass ich wirklich eine Challenge gar nicht ablesen kann, ohne hunderttausendmal eine Map zu machen, mit bestimmten Modifikatoren und alles mögliche, das ist für einen, der nicht so viel spielen kann, echt schwer, ja, ich mache halt immer wieder so große Pausen dazwischen, dass ich mich auch nicht gerade erinnere, was ich letztens getan habe, oder so, ja, also, es ist dann schon ungefähr so, weiss nicht, sechs, sieben Tage her, so, die Ablenkung von anderen Spielen ist ja auch mega gross, also, wir machen zuerst den Bus, ich glaube, das ist die schwere, also, da muss man unbedingt abhauen, wenn sie so einen Strahl sendet, nein, das ist der, okay, aber die eine, äh, äh, Starktour, die fliegt, die ist mega schwer, oh Gott, haha, ob ich das sehe, Schie, ja, ich bin raus, also, sieht so sehr schwer aus, ey, hallo, greicht doch den an, ah, er ist gerade momentan nicht Targetable gewesen, und er hat sich regeneriert, ah, er hat sich einfach wieder neu, also, das ist die zweite Form zum Beispiel, okay, macht das fertig an, gut, also, den haben wir auch geschafft, also, momentan will ich das Spiel jetzt nicht schlecht, aber es ist immer ein bisschen zu unterschiedlich schwer, ähm, also, die Maps, die zwei waren, waren wirklich gut, und ein Drops, also, vom Map-Drop-Raum, das ist ja sehr wichtiges, dass wir die Maps haben, oh Gott, das ist schwer, ja, gut, er kommt aber schon mit dem Schaden hin, sehr gut, doch, okay, wieso ist der golden, sonst hat er noch so einen Orangen-Hintergrund noch, keine Ahnung, und dann kamerar, ja, ist die Kassia, Kassia, genau, Kameria ist die andere, die, ähm, ja, ist schon Ewigkeiten her, seitdem die da war, das waren jetzt schon zwei, drei Jahre, seit der Liga, äh, ja, Tower Defense Liga, aber ich finde es interessant, dass es macht viel mehr Spass, sonst Tower Defense, auch weil ich ja natürlich auch noch Ding habe, ähm, wir müssen hier unten schauen, hier ist noch Ding, okay, jo, dann machen wir mal zuerst das hier, dann noch die hier, und hier besiegen wir die Gegner mit den Totems, wir müssen halt immer wieder switchen oder so, wir könnten aber die Gegner auch anführen, und hier einfach verbrennen, ich hoffe die Verbrennung, also, ja, der Totem ist stark genug, ich weiss nicht, ob ich hier auch die Ding nehmen soll, ich denke schon, ich werde hier, ähm, Meteor Tower nehmen, der andere, ich weiß nicht, ich finde ihn gar nicht so gut, den Verbrennen Totem, schaffen wir das noch? ist schon fertig, okay, ich wollte nochmal upgraden, hm, hm, oh, Schwarz, zwei Öle, abladen die schlechtesten, okay, den können wir mal identifizieren, und rauswerfen, der auch, so, also diese, ah, ähm, ja, die müssen auch gut rollen, die Rale, okay, sehr gut, und hier noch zwei Ringe, sind wir jetzt fertig, oder? noch drei Monster, und was sind denn die? könnten drei Monster versteckt sein, ja gut, dann besiegen wir sie nicht, wenn sie sich verkriechen, dann müssen wir sie gar nicht besiegen, so, ja, ich hoffe, wir kommen vorwärts, also ich werde auch live stream, klar, aber nur, ähm, wenn ich nicht weiterkomme, also wenn ich jetzt einfach, irgendwie zu schwach bin, oder so, dann werde ich sicher mal live stream, allerdings ist eigentlich ziemlich gut, vom Schaden her, aber anderen sagen sie es gut, ja, manche Items werden aber schlecht geraten, okay, Menschen haben wir noch, ja, schlecht, aber gut, also Foundry, Menschen, Foundry, Tropical Island, ja, Tropical Island ist cool, das geht nur in eine Richtung, also wir tun jetzt mal die Sachen hier unten, und die tue ich dann nach hinten, Vision Card, Currency, die Schuhe, diese hier, und den haben wir schon, ähm, mal T-Level anschauen, ist schlechter, viel besser, und die haben ein grösses T-Level, haben wir auch schon mal gefunden, wir müssen diese Sachen bald noch austauschen können, aber bei mir Proben irgendwie momentan, die Properties nicht, dann lassen wir mal schauen, ob wir, ähm, die nicht in der Kampagne das so holen können, ah, wir haben ein paar, okay, wir haben ein paar gelöst, genau der da, müssen wir noch machen, das ist additionales Queen, welcher Boss ist das jetzt schon wieder, äh, muss ich nachschauen, ich mach das mal während den Zwischenpausen der Parts, ja, der Dryad Lake, hab ich noch nicht, der Z-Map hab ich auch noch nicht, genau, die Quality können wir noch erhöhen, von einem, einer Box, ähm, der hat schon, nein, der hat noch nicht, okay, so, dann können wir mal ein paar neue, ähm, Properties holen, also zuerst einmal Twinit Boss, dann Hero Light Knight, Lighthouse Map, das wird schwer, Alva und komplette Mission, das ist leicht, Entrenched in Retourment, äh, Final Chamber of the Labyrinth, okay, ja, die können wir auch dann irgendwann mal abschließen, ich muss ja nur die, wegen machen die Challenges, so, dann versuchen wir doch mal, da auch durchzulaufen, also Bloodline, das Credit Ground, ja, Resistenz ist heute auch ein bisschen, dass wir wenige Schaden machen, Power Charges, ich weiß nicht, ob ich da das überlebe, mit dem Syndicate, aber, ich mach doch Syndicate, ich weiß nicht, das ist ja schon das, ich weiß nicht, das ist ja auch ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen, so, das ist ja auch ein bisschen, die Map ist ja geil, mega cool aus bei mir, weil alles so ein bisschen leuchtet. Ich habe irgendwie, weiß es nicht, wie man dem sagt, im Kino-Modus oder so heißt es. Ich bin einfach angestellt und ich kriege ihn nicht mehr weg. Also man kann ihn irgendwie nicht beenden. Und deshalb leuchtet alles, was hell ist, leuchtet mega auf. Vielleicht ist es HDR, aber ich habe kein HDR. Das kann nicht sein. Die kosten ja, mit 4K kosten die über 2.000 Euro. Ich habe 999. Also Aisling, komm wir holen einfach die neuen. Jetzt haben wir schon zwei neue, die nicht rausgekommen sind. Also einer ist immer noch nicht rausgekommen. Soll er mal kommen. Oh, eventuell müssen wir kurz zuerst in den Zoom gehen. Hey, wie weit schießen die? Oh, ich schiebe. Also Syndicate kann uns während dem noch nicht rausgekommen. Oh nein, die ist weggekommen. Die Aisling ist weggekommen. Also momentan. Dann tun wir einfach noch mal hier ein bisschen saubern. Also wenn ihr eben unsicher seid, ob ihr gestirbt oder nicht. Und saubert einfach bis es nicht mehr so weit gehen kann, dass der Riss ist. Und geht hier einfach zurück. Also hier über den Steg glaube ich nicht, dass der Riss geht. Deshalb haben wir jetzt freie Bahn. Da geht es wahrscheinlich zurück. Nein, da kann ich hier oben durch. Jetzt geht er einfach rund und wahrscheinlich bis zur Brücke oder nicht mal zur Brücke. So. Okay, das war ganz wenig. Der ist vielleicht nur für 5, 6 Meter gekommen. Ja, viel weniger wahrscheinlich noch. Also hier war er glaube ich. So in ungefähr 3 Meter. Ja. Okay. Easy. Okay, ich habe es genommen. Manchmal ein bisschen verzögert. Wahrscheinlich liegt es am Server. Also der Ping ist ja eigentlich scheinbar gut. Also die Frame ist sowieso gut. Ich habe sie auf 80 limitiert. Manchmal geht es auf 79. Das ist wahrscheinlich normal. Das ist wahrscheinlich normal. Das auf 79 runter geht. Das ist 13 Millisekunden Latinx. Also irgendwie die Icons werden manchmal ein bisschen zu spät eingesammelt. Ich habe das gerne Software. Vielleicht gibt es ein Spiel. Oder ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Vieles weiß man halt nicht so technisch ist. Da muss man sich natürlich auch ein bisschen. Da muss man lernen. Viele sind halt einfach Gamer, die schon irgendwie Informatik gelernt haben. Dann wissen sie es. Aber der Drago, der kennt sich mit Technik immer noch nicht aus. Der versteht nur Bauernhof. Aber es ist manchmal schon doof, wenn man halt die Items nicht immer sofort einsammelt. Dabei geht es nicht schon fast sofort. Und Verzögerungen sind nicht schon gut. Ist nicht gut. Schon beim Reden manchmal ein bisschen Verzögerung. Redet ohne nachzudenken. Und sie spielt so gerne. Eine. So, man spürt ein bisschen die Elementare Assistenz der Gegner. So, Rin. Das war Rin. Drop ein Map. Ja, ja. Gibt ihr Map. Nicht ne T1 Map. Hallo. Dreadmark. Verdrehtes Sicht. Also, Fresse. Maul heißt natürlich Hammer. Also, Knüppel heißt Maul. Also, was genau heißt das Maul? Auf Deutsch heißt es ja das auch nicht. Ich fresse Maul. Ich liebe das, wenn diese Kisten kommen. Und sie kommen so selten. Also, manchmal kommt man diese Marke über für Dinge. Aber ich will die Kisten. Ich will mehr Syndicate machen können. Ich habe jetzt eigentlich alle schon gemacht. Ja, noch nicht ganz alle. Drei oder vier habe ich noch. Aber die sind zu low-levelig. Die haben wir während der Kampagne natürlich nicht gefunden. So, was hier oben ist wahrscheinlich der Boss. Da geht es weiter. Hm. Keine Ahnung, jetzt der Boss ist. Aber wir gehen jetzt zuerst mal zu Syndicate. Wir tun aber noch ein Safe-Portal hin. Genau. Fischern und Fischern. Aua. Boah, Mann. Entwickel. Er tut doch mal ein bisschen balancieren. Aber ich scheint, dass ich schon wieder so viel Schaden bekomme. Ich kann ihn nicht rauswerfen. Ich wollte ihn rauswerfen wegen dem Damage. Okay, Haku ist böse. So, der hat auch nicht gute Sachen, die wir dann, wenn wir, ja, eines der vier Typen, ja, genug Erfahrung gesammelt hat, kann man die nochmals herausfordern. Und wenn man die Sicht hat dort, bekommt man solche Bonis über. So, hier geht es schon. Wohin führt uns dieses Weges? Okay, hier oben durch geht es weiter. Viel zu viele Gegner auf kleinem Raum. Das ist schon ein bisschen nervig hier durch zu gehen. Naja. Ich muss ihn halt auch ein bisschen ziehen. Jaja. Ich habe die ganze Zeit so einen Aufstoß, deshalb tue ich ja momentan nicht Livestream. Nach einiger Zeit bekomme ich die ganze Zeit so Böker, also so Auswurf. Gas wie Gas. Ich einfach rübse. Und, ja, es ist so sauer, also so ein Aufstoß, saurer Aufstoß. Genau, das war dieser Gegner. Okay, da tut sich so splitten. Der Dreivlake, Akt 4. Diese Monster, die ja viel Blut-Schaden machen. Der tut irgendwie so Staffeln schießen. In jeder Richtung. Ja, es ist nur noch 2. Ja, ich habe die getroffen von der Staffel. Aber als Toten-Menser, oder wie sagen wir, Toten-Elefant. Das ist natürlich schon ziemlich... Das Haarbringer-Fragment und dann so ein komisches Zeichengewirr. Jetzt! Endlich, Sana! Endlich! Darauf habe ich gewartet. Hast du eigentlich eine Idee, was du tust? Du tust den Atlas wieder erobern. Also, nein. Ihr Vater wird den Atlas einnehmen. Wir müssen seinen Vater töten, den Shaper. Also, sie weiß nicht, aber ich... So, jetzt holen wir die Kreuz... Ah, genau, die Kreuzritte greifen jetzt an. Jetzt greifen sie an. Mit Sana. Also, gar nach Claims. Wir haben jetzt die unten links. Und jetzt müssen wir eines der 4 farbigen Edelsteine holen von diesem Gebiet. Und dafür müssen wir einfach mehr von diesen Maps machen. Also, zum Beispiel Gartens, Haunted oder die Neuen Reef haben wir noch nicht. Tropical Island haben wir ja. Boundary haben wir auch. Sehr gut. Also, jetzt können wir noch nichts machen. Wir haben ja auch keinen Edelstein. Ja. Den Edelstein bekommen wir erst. Und im nächsten Mal. Wenn wir nochmals dieses Portal betreten. Ich bin gerade ein bisschen gestresst. Aber das ist einfach geil. Endlich habe ich... Ging ja genug lang. So, also. Wir müssen jetzt mal zuerst schauen, welche Syndicate-Items da haben wir noch einen. Was haben wir hier? Fileskills? Ah. Cast Speed. Okay. Der ist gut. Sehr gutes Juwel. Sehr gutes Juwel. Okay. Schlecht. 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 Ja. Tropical Island. Tropical Island. Menschen. Stagnation. Schlecht. Der ist alles wieder für eine Map. Das ist nicht genau. Okay. So. Also. Ein bisschen bis... Ja. Wir wissen nicht im Weg, ob die The Last Two Dice ist. Ein bisschen im Weg. Ähm. Unwale-Item. Genau. Danach Movement Speed. Ja. So, dann haben wir einen Ring und ein Abyss-Abgrund-Juwele und die nächste Map wird die nächste Map Foundry Und die ist in diesem Gebiet, also jetzt greift der Kreuzhütter wahrscheinlich an in diesem Gebiet Schauen wir mal Reflekt, nein Aber Monster Damage und Chain ist jetzt eigentlich nicht so eine gute Kombination Also was wollen wir machen, wir haben halt nur Unique Items, also wir können jetzt gerade gar nichts Wir könnten das Schild noch besser zaubern Um Discoward, das geht nicht Okay, wir haben keine, das wurde auch ein bisschen verändert, oder? Ja, ja, wurde auch verändert Also, dann gehen wir doch in diese Map und machen... Warum haben wir Syndicate? Ich will unbedingt bei Syndicate, ja... Ein bisschen vorwärts kommen, auch wenn es eben schwer ist Okay, eine coole Map Boundary... Ist das eben ein Forschungslabor? Was heißt Boundary? Ja, ich glaube das heißt, wir müssen Informations bekommen Abfall Normal, direkt Muskel-Hochter Boundary Und jetzt kommt einer der Kreuzhütter-Section Und das ist Barren, okay Barren ist... Ja, einer der Schwereren eigentlich weil mehr Schaden Okay, leider ist in die falsche Richtung gekommen Ich hab ihn gar nicht so richtig gesehen Aber es ist eine Art Kreuzsitz, es sieht so aus wie ein Tempel, aber es ist kein Tempel. Vielleicht ein ehemaliger Tempel, der Kreuzsitz wurde, der den Atlas gefunden hat. Betreten hat es natürlich. Die haben früher irgendwie den Atlas verrüstet. Shaper wurde böse, hat sie betrieben und jetzt sind sie gleich wieder zurück. So, die meisten müssen wir annehmen, weil wir bekommen einfach diese Erfahrung für die Challenges. Bis dann. Und das, was wir nicht annehmen können, dann kommen sie einfach ins Gefängnis. Wir rennen wieder durch. Wir freuen sich nicht, diese Leute zu töten. Also jetzt sind wir ein bisschen defensiver geworden, besser gehts ab. Okay, Sieger. Ja, ich sehe. Janus ist das? Janus? Das wird schon wieder. Rin hat einen Buben? Okay. Janus. Ich bin nicht so dumm. Ich bin nicht so dumm. Ich weiß nicht, was du willst. Ich bin nicht so dumm. Ich bin nicht so dumm. desto mehr könnt ihr auch die Bosse herausfordern und wenn ihr genug stark seid, dann bekommt ihr auch bessere Items über die Bosse. Wir haben den Endboss vom Syndicate. Ja, das können wir sicher noch haben. Es sind viele Gegner, ähm, ich schwöre, hier waren. Ja, der bekommt nicht so viele Schaden. Also die Rivalitäten möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte Rivalitäten haben. Ich weiß nicht genau, was das nützt, wenn sie Rivalisieren, aber dann bekommen wir einfach weniger Unterstützung. Also, ja, dann unterstützen sie sich gegenseitig um mich zu töten. So, was ist das Gericht? Skin, genau. Äh, können wir doch langsam ein bisschen ausbauen, wenn es 20 bringt. Das ist wahrscheinlich einer der ersten Games, die ich, ähm, wieder auf Null resete und 20 Qualitäts drauf tue. Ja, es lohnt sich schon so drüber zu machen, als 20 von diesen Orks anzusetzen. Die haben wir einfach noch zu wenig. Das sind gar nicht viel, die wir haben, ohne einen umgetauscht zu haben. Aber, ja, ich mache das am Anfang eigentlich immer so, dass ich einfach einen reinlege und ein Game reinlege. Dann ist der Game Level 1 und hat 20 Qualitäts. Das ist besser. Okay, eine coole Map. Jetzt ist die Welt wieder fertig. Okay, wir haben zuerst gerufen. Wir passen aber auf, dass wir uns genügend noch nichts geschaden bekommen. Schon wieder Rock'n Marker. Ich muss umdenken, dass ich das hier bin. Das ist eine komplizierte Map. Sie hat sehr viele Räume durchgehen und so. Jetzt casten die zu viel. Und diesen, ähm... Wie heißt dieser Angriff schon wieder? Oh je. Ja. Keine Ahnung, aber... Sonst wird der gleiche mit einem anderen Spin. Okay. Die beiden Kanten haben wir hier noch austoben. Also die Map ist irgendwie relativ groß. Hat ein bisschen... So ausgesehen, als würde sie nicht so groß sein. Aber jetzt haben wir hier abends ein bisschen noch... Schon recht groß. So, was müssen wir noch stacken? Wir brauchen, glaube ich, hier noch... Oh, was müssen wir hier noch nehmen? Wenige Life Cost of Skills ist ja gerne so nötig. Regnet Life. Ist aber ein bisschen schwach. Ja. Da muss ich nochmal nachschauen, was er gemacht hat. Äh... Ja, dann müssen wir einfach Mana Reduction. Ah ja, hier müssen wir noch hingehen. Hier müssen wir, glaube ich, Schock nehmen. Also wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Und dann schaue ich noch den Weg. Dungeon Map. Reader. So nah möchte ich dagegen auch nicht werden. So, diese blöde Teleport-Skill. Ah, okay. Dann können wir das noch so. Können wir auch noch. Das ist natürlich... ...sorgen zu sollen. Ey. Erstmal hab ich so schnell. Okay, schade. Weg, weg, weg. Die tauchen jetzt auf. Die werden jetzt lebend. Also die sind nicht mehr angefroren. Und je mehr wir von diesen Teilen gefunden haben, die sind Symbolen, desto mehr besser einkommen. Kommen wir. Das war eine gute, schlechte Location. Hat er nur einen oder zwei gesehen. Hat sie auch kaputt gemacht. Also hier den... Ballpyramid Level 4. Also T4. Okay. Purrity Flame. Sehr gut. Einen haben wir besiegt. Okay. Es existierte nur einen und noch einen anderen, den wir nicht kaputt gemacht haben. Also ihr müsst die Lebensenergie dieser Statuen zuerst kaputt machen und danach, wenn er auftaucht und nochmals versiegen. Also jetzt, wo wir noch nicht so stark sind, geht es noch nicht mehr. Ich habe mich ein bisschen schlecht angestellt, weil ich eben nach Norden noch wollte noch zu schauen. Und den unten gar nicht genommen habe. Weil was ich eigentlich will, ist ja die Pistole. Die geben dann Steine und dann kommen irgendwelche Unix oder sonst irgendwas. Was einfach der Stein anzeigt. So. A currency. Also. Genauigkeit. Der ist cool. Der Boss ist geil. Der hat irgendwie eine Beschwörung. Ich weiß jetzt gar nicht. Der ist relativ neu. Ich habe ihn einfach mal gesehen. In einem Livestream glaube ich. Oder so. Der andere hat irgendwie mehr Probleme als ich. Na gut. Je nachdem. Wie der Beet so ist, hat man mehr Probleme oder weniger. Ich glaube das war einer, der einen dort, ähm, qualiert Dead-Charakter gemacht hat. Und es war ein Englischer, ich kann es ja auch nicht mehr sagen. Er hat ein bisschen mehr Probleme gehabt, weil er natürlich auch relativ gerusht ist und noch nicht so stark war mit diesem Zeitpunkt. Also diese T3 Map gemacht hat. Ja. Ich schaue immer wieder gerne ein paar Livestreamer an. Aber ich habe nie Zeit jetzt wirklich lange bei einem Livestream dabei zu sein. Okay. Damage. Sehr gut. Super frenzy. Da haben wir auch noch irgendwas. Da nehmen wir Regnerate. Ja, bei Nahkampfung haben wir geschahen. Wir müssen ja eben nicht diese Atoms irgendwie gut machen zuerst. Damage per Entrance Charge. Sehr gut. Das sind komische, ähm, Verzauberungen aber. Äh, hallo. Ich komme nicht mehr raus. Schuhe. So. Ähm. Probieren wir noch aus, ob wir in die Kiste, in die Kiste landen. Nein. Ja gut. So langsam sind wir hier echt voll. Also. Ich würde schon gerne langsam mal, ob ich das wieder bekomme. Oder Alva-Tempel. Ja. Ähm. Nein. Ähm. Ähm. Ah. Ist daneben gedrückt. Also. Positive Flame ist ja eigentlich ziemlich ein cooler Spell. Aber. Kommt dann einfach zu schwach. Der war mal gut. Da wurde er irgendwie genervt. Also. Okay. Da kommt er auch raus. Ähm. Da sind wir eigentlich fertig. Müssen wir das jetzt T2 eigentlich spammen. Aber zuerst machen wir Ballpyramid noch. Und das im nächsten Part. Okay. Ich gucke ihn mal hier rein, weil ich noch ein bisschen T2 Maps spammen müsste. Einmal nochmal. Unique 2 Unique Bosses. Oh. Das sind dann drei. Sechs sind es wahrscheinlich. Oder acht sogar. Okay. Wird schwer. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Danke schön fürs Schauen. Und ja. Viel Spass noch mit anderen Dingen eures Lebens. Oder einen. Ja. Eine schöne Ruhepause. Einen Abend. Egal was ihr gerade macht. Viel Spass damit. Und. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.